Achtung Dreck Action auf beiden Seiten Das ist super Das wird beim Umschnitt jetzt immer super werden Oh Gott, ich bin irgendwo runtergefallen in den Tod Aber hier war schon irgendwo jemand Wahrscheinlich war ich mal da Vermutlich Ich meine, wer sonst, wenn nicht ich? So, Links heißt, ich komme wieder nach Hause Richtig, Fackel Links ist zu Hause Dann habe ich dir die ganze Zeit falsch gesetzt Bam, bam, bam Nein, natürlich nicht Außer du spiegelst das Video nachher Dann kann ich mir nichts garantieren Dann zeige ich, ja, ja, hier, ne Er ist schuld, ne Obwohl er alles richtig gemacht hat Und ich bin ein Superhero Und du bist so irgendwie so der Ja, du bist Superhero, ich bin Captain Hero Ja, stimmt Wow, er hat einen Goldhut auf Oh, das ist ein Enderman Ja, und du hast eine Lederkappe Nicht angucken Ach, erzähl mir Geschichten Das war damals Ich bin 120 Darf ich rückwärts in den Enderman reinlaufen? Nicht Moonwalking, ne Nicht Moonwalking So Christopher Walken Das steht vielleicht Wo bist du? Ja, ich bin irgendwo runtergefallen Dann bin ich wieder hochgeklettert Und jetzt stehe ich hier Am Rande der Zerstörung Mit Feiten aus allen Ecken Und Jean-Claude Van Damme in der Hautrolle Und Jean-Claude Van Damme in der Hautrolle Der Hautrolle Der Hautrolle Der Hauptrolle Eine Hautrolle Dinge, die ein Kannibale bei Mediamarkt kauft Eine Hautrolle Bei Mediamarkt Bei Mediamarkt, ja Im Baumarkt wollte ich sagen Eine Hautrolle bitte Na gut, du kannst Kaffee kaufen Bei Mediamarkt Just the beginning Just Ingo Just Ingo Wir müssen uns irgendwie wiederfinden Das, da ist ein Fackel rechts So, wir müssen da links Ist der Fackel auch rechts Ja, manchmal setze ich die Fackel Jetzt keine Fackel links Gott Das ist aber auch dein System Dann ist mal so Ne, ist nicht Nein, ist nicht Ist bulletproof Bulletproof Aber das leuchtet immer nur Halb den Raum aus Und dann muss man mal Angst haben Das Sind wir irgendwie Hierüber hergekommen Ich weiß es gerade nicht Oh Gott Ich weiß nur, dass hier Lava ist Und Lapislazuli Ja, da war ich auch mal Ah, ich weiß, wo du bist Das ist schön Findest du da auch noch hin? Klar Cool Dann kann ich ja weitergehen Ich gehe nur gerade einen anderen Weg Ah Du Schlingel Ja, ja, nee Guck mal, was der Weg uns gefunden hat Wahrscheinlich Gold Ich dachte gerade, es sind so Spinnweben Und dachte Ha, wir haben hier so einen Minenschacht Richtig Jetzt hätte ich beinahe den Namen vergessen Von Minenschacht Alter Ich finde hier Gänge, ne? Das ist das Sieben-Gänge-Menü Ich dachte, im Restaurant gibt es nur Achtung Ach, sag du es Es gibt da nur Achtung Auch nicht schlecht Sieben Gänge Achtung Es wird schon wieder hell draußen Das ist doch schön Ja, finde ich Irgendwie schon Da ist ein Creeper Alles runtergefallen Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Oh, der kann hier hochkommen Sag mir das doch mal einer Der kann da hochschwimmen Ja Schwimmen? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Oder hochkommen Ich habe immer noch die Tagesplaylist drin Und nicht die Höhlenplaylist Naja, das ist doch mal eine Abwechslung Wo du doch sagst, dass die Die Höhlenplaylist mir auf den Sack geht Ja Das stimmt Aber die macht bei weitem nicht so viel Spannung Die Tagesplaylist Ich habe gar keine Musik Ich muss damit leben Dass ich auf dem linken Ohr alleine irgendwas höre Einfach nur die Horror-Geräusche Die die Höhle an sich von sich gibt Ja, absolut Vielleicht guckt sie ja Nachmittagsgerichtshows Nachmittagsgerichtshows Barbara Salisch Fuck your court Können wir doch mal Barbara Salami Barbara Salami Oder Alexander Holsten Die Holsten Ich setze mich jetzt von Von Fernseher Nimm mir ne Barbara Salami Und trinkt ein ganz extra Nolz Ach, schön Ja, super Schieß mir doch alles kaputt, du Opfer Du Opfer Ich fange schon wieder an, Leute zu opfern Sehr gut Sehr gut, Schandele Oh, was ist denn das hier? Ja, klomm, komm, komm What's Klomm Gold doing? Ja, ja, ja Was, Klomm? Klomm Gold Warte, Klopp Der Klopp? Ja Oh, die Feinden gegeneinander Ja, Feinden gegeneinander Yeah Und nur ein Skelett kann überleben There can only be one Oh, aua And it's me It's me 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 all along Oh Gott, es ist Tadeus Wahrscheinlich so ein Villagers Ja, ja Ein Villager als Zombie irgendwie Wo ist denn der Creeper hin? Alter, was finde ich denn hier für Wege? Das ist unglaublich Weißt du, was du eventuell machen könntest? Du könntest vielleicht einen Ofen bauen Und ein bisschen Eisen einschmelzen Das ist doch mal eine Idee, was? Das würde dir so gefallen Wenn ich das tue Dann haben wir beide Eisenzeug Ja, ja, ich weiß Und du ne Rüstung Ja, ja, ja Das würde mir gefallen, ja Da hast du recht Da wird, das würde mir gefallen Da hast du recht Das hast du ganz richtig erkannt Dann wird es Zeit, dass ich mir meinen Unterschlupf baue Ich kann das erkennen Und ich bin währenddessen noch hier voll am krass ab abmetzeln Ab adventuren Na, so viele Zombies Wird doch wohl kein Spawner sein Ah, Enderman Auf den Boden gucken Auf den Boden gucken So, Kiste in die Ecke Dann bauen wir doch mal Schaden Der hat mit seinen Dubstep-Geräusche die ganze Zeit hier Dubstep-Man Mein Open Alter, weh, du schließt mich in den Enderman rein Dann hast du es erlebt Oh, ich habe Leatherboots bekommen Von einem nicht näher zu nennen Zombie Hier ist Lava Und ich glaube, es ist Lazuli Aber ich glaube, das ist anderes Aber hier sind Fackeln links Das ist gut Da habe ich einmal so eine Runde gemacht Aber ich werde jetzt nochmal Viel Eisenerz soll ich dir denn vor Ich mache auch einfach mal 6 Hast du einen Stack? Voll? Ja Eisenerz? Dann mach doch einfach einen ganzen Stack Brauchst du acht Kohle für Acht Kohle brennt 64 Eisen Ja, ja Du kannst ja auch zwei Öfen machen Dann geht das schneller Ach das Ne, dann haben wir mehr als genug Eisen erst mal Ja, ja Das einer von uns stirbt Eisenerz mal Na, einer kriegt die eine Hälfte, der andere die andere Einer kriegt aufs Maul, der andere Auch Der eine ist das schwarze Schild Das ist das schwarze Schild Von Saruman Ich weiß nicht Das klingt einfach so Das passt irgendwie Absolut Also, nein, nicht in dem Sinne eigentlich Einfach nur irgendwie so das dunkle irgendwas Das schwarze Mal, schwarzes Mal Boom Das schwarze Mal Das letzte schwarze Abendmal Böse Böse Oh, das ist jetzt böse Na gut Nein, ist es nicht Nein Es ist alles genauso Es ist die Farbe schwarz Man kann ja die Farbe schwarz nicht mehr sagen Ohne, dass sofort alle Leute sagen Oh, wie Böse Wie, schwarz Rassismus Ja Rassismus 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 Richtig Mein Auto hat schon wieder ein Kind seinen Fußball gegen geschossen Verdammte Alarmerlage Sehr gut Autsch 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 Mann, hör auf Danke Danke Bitte, bitte Da ist schon wieder so Immer noch der Dubstep Man Der Dubstep Man Na, ich finde die Geräusche, die die Enderman machen, klingt schnellweise die Dubstep Musik Na gut Deswegen habe ich den schon Dubstep Man getauft Wenn ich so Dubstep Musik selbst zusammen mischen könnte und machen könnte, dann würde ich so einen Dubstep Song machen zum Dubstep Man Wäre da einfach der Enderman halt Wo dann auch seine Geräusche einfach mit eingearbeitet sind und so Dieser 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 Dubstep Man Das Wort Dubstep Man Der Dubstep Man Schlimmer noch als Dubstep Man Er tanzt hier und dort und überall Wenn du ihn suchst, ist der Grad nicht an, hier ist auch was anderes Ja Aber sowas ähnliches Bloß mit mehr Dubstep Also mit mehr Bub Mehr mit Bub Mehr Bub Captain Kappa Cap und Kappa Na gut Ich seh dich Das freut mich Du kannst ja reinkommen und mich begutachten, wie ich hier stehe und mir mein mein, 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 mein Crystal Matt mein Crystal Matt anröhre Während ich, während ich, äh kurz mal skippiere Und dann gleich wieder Der Captain macht sich hier kurz mal aufm Ne, ich werd ein bisschen weiter draußen rumrennen Aber ich glaub ich hab auch nen Zombie angelockt Ne, was ich machen werde ist auf jeden Fall Mir schon mal ein bisschen was von dem Eisen nehmen und mich schon mal ein bisschen Mit nem Eisenschwert und sowas eindecken Äh, ich brauch erstmal Sticks, deswegen machen wir erstmal hier, zack 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 In ein paar Sekunden Er hat grad gesagt, in ein paar Stunden wird der Sonne gesteckt Aber das lustige ist halt, die Sonne geht jetzt grad schon auf Und das ist 3.34 Uhr Und da geht die Sonne schon auf Sommer Es ist Naja, Sommer Ist jetzt auch relativ, sagen wir es mal so Wärmere Temperaturen Es, naja, Sommer Ne, ist schon überhaupt biologisch, äh Asmenischer Sommer Ja, frag mich nicht, was ich mit Asmenistan habe Oder ob das überhaupt ein Ding ist Und ich hatte, ich hatte doch ne Eisenspitzhacke dabei What the fuck Ein bisschen übermüdet Ja, das kann gut hin hauen Jetzt hab ich zwei Steinspitzhacken dabei Für den Fall der Fälle Auf die Schnelle immer helle Die Turtles Turtle Jungs gehen immer ab Besonders der Dubstep Hey, jetzt kommen die Dubstep Turtles Super Geile Dubstep Turtles Jeder mag die Dubstep Turtles Jeder Song klingt gleich bei ihnen Jeder Song identisch Dubstep Songs klingt doch alle fast identisch Ich hab hier mal so ein bisschen Zeug Dir einfach zugeworfen, ne So ein bisschen Müll, den ich nicht mehr brauchte So, ich hab jetzt zwei Eisenschwerter Drei Eisen Pickäxte Schuhe könnte ich mir noch neu machen Und ne Kappe Und direkt ist hier erstmal ein Vieh Was hier rumfliegt Das ist natürlich immer wieder eine Gute Variante Und ich hab mir perfekt Eisen dafür rausgeklaut Das ist Das passt gerade alles mal wieder so zusammen Das ist so Das böse Konglumat Konglumat Keine Ahnung, was ich da gerade gesagt habe Konglumarat Dankeschön Das bist du Konglumarat Danke Deine zwei Eisen sind durch Ich hab mir meinen Rest genommen Ich hab jetzt noch 13 Nachdem ich mich wieder fest Ein 32 Ich hab wahrscheinlich gerade mitten im Wort aufgehört, ne Zu quatschen Die ist ultimativ Ich baue dich auch extra wieder ein, damit du dann noch weiter ins Leere starren kannst oder beziehungsweise in den Ofen Ah Ah Creepers Bad mother Creepin Creepers Guys Die Motto You don't belong in this world Beziehungsweise hau ab Ich hab keinen Bock auf dich So Jeder kennt die Topstep Turtles Immer auf der Lauer Au Nein Fuck Boah Alter, hab ich da gerade Schwein gehabt Sind gerade zwei Creeper hinter mir Explodiert Und ich war hier vor diesem Vor diesem Pit, wo du gesagt hast Lapslazuli und Lava und Wasser und so Alter, das war knapp Jetzt dabei sein müssen Aber der raucht ja da noch Stimmt, ihr hört ihn ja gar nicht Das muss ich immer dran bedenken, wenn ich jetzt hier gerade rum kommentiere Der ist ja gerade rauchen Der ist ja gerade abwesend Ich meine, er ist nicht das Näschen pudern Richtig männlich Männlich das Näschen pudern Du meinst, der sitzt in der Garage und trinkt ein Bier Hab ich doch gerade gesagt, oder? Nein, das habe ich nirgendwo geklaut Das habe ich mir gerade so ausgedacht Ich weiß auch nicht Random Zeug, was mir so im Kopf Irgendwie In den Kopf kommt Immer auf der Lauer Turtle Power Ah, Gold Und dann wird es sich in der Tür